Ich lieb dich einfach nicht mehr. Du bist so im Arschloch. Giselle hat nichts falsch gemacht. Ich will sie nur nicht länger anlügen. Du bist der größte Egoist, der mir je begegnet ist. Du denkst nur an dich. Egal wie sehr du damit den Menschen verletzt, die dich lieben. Aber Giselle, sie läuft Tore ja trotzdem ständig in der Firma über den Weg. Soll ich immer noch reinhauen? Vielleicht kommt er dann zur Vernunft. Ich will endlich eine Entscheidung haben. Anna, ich kann dir keine andere Antwort geben als die, die ich dir schon gegeben habe. Ich kann jetzt hier nicht weg. Du wirst Anna nochmal verlieren. Aber diesmal für immer. Hagens Schwachstelle ist sein Sohn. Lass die Kinder aus dem Spiel. Wenn das auch nur im Entferntesten mit körperlicher Gewalt zu tun hat, vergiss es, da mach ich nicht mit. Körperliche Gewalt wird völlig überbewertet.